Moin Leute, wieder auf der LS 19 Farm. Nach langer Zeit wieder mal. Jetzt wieder neue Map. Ich hoffe die ist besser, wie jede andere Map bis jetzt, was ich gehabt habe. Mal schauen. So, schauen wir mal, was wir für Felder besitzen. Okay, die Unterreihe. Und da ich mit Seasons spiele, ist noch nichts angesetzt. Also 79 und 77 haben wir. Wir sagen, es sind noch Wiesen. Okay, dann starten wir mal, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was wir in unserer Garage haben. Ein John Deere, ein Ferguson. Okay, der hat wie viel? 210, 280. Das, was wir gerne verkaufen, ist das Auto. Das braucht kein Mensch bis jetzt. So. Und, was ganz wichtig ist, ein anderen Pflug. Wir sind richtig gut ausgestattet, würde ich sagen. Seedstank, okay. Okay. Okay, okay, okay. So, dann schauen wir mal. Dann kaufen wir uns jetzt noch einen Pflug. Und zwar, also einen Breiten. Genau, wir haben eh hier einen 6,180 Meter. Genau, den können wir nehmen. Machen wir hier. So. Genau, den kaufen wir uns. Dann, was nehmen wir denn für einen? Nehmen wir ihn hier. Können wir das auch zurücksetzen? Das bräuchte man nicht so weit fahren? Oder wo ist denn hier die... genau, wo ist denn hier der Shop? So weit oben. Dann schauen wir mal, ob wir den zurücksetzen können. Ne, können wir nicht. Also müssen wir rauf fahren. Das heißt... Hm, wie machen wir das da? Jetzt fahren wir mal hier raus. Dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wo das ist. Die Rufausfahrt. Hier. Hey, das Tor ist ja kaputt. Was ist hier passiert? So. Ähm. Das Tor ist ja kaputt. Wie fahren wir mal hier? Wie fahren wir denn am besten? Wir fahren hier links und die nächste rechts. Dann packen wir mal zusammen und dann verschwinden wir von hier. Dann fahren wir zu unserem Platz. Dann werden wir hier mal pflügen. Wunderbar. Waren wir später vor Gewände, fahre ich runter damit und dann fahren wir mal. Das Feld ist wieder ganz schlecht angesetzt für den Helfer, wieder in der senkrechten. Warum das man das eigentlich macht, das verstehe ich auch nicht. Kann man das einfach nicht waagerecht machen, das Feld. Wäre doch ziemlich besser für den Helfer. Die Struktur ist hier ganz schlecht. Moment, ist sie überhaupt schon gepflügt? Nö. Dann gehts weiter. Ich würde sagen, da wäre ich schon zweiter Helfer nicht schlecht. Das Feld ist doch größer als wie ich gedacht hab. Die Struktur ist hier ganz schön. Ich könnte auch das Pflügen rausnehmen, dann ging es vielleicht schneller, das wollte ich mir gerade noch ansehen. Jetzt muss ich mal kurz kurz nachschauen. Oh! Oha! Diese Seasons ist ganz was anderes, was ich bis jetzt gehabt habe. Sonst hat man am Anfang gleich Weizen, Gerst und Hafer ansetzen können oder Raps. Und jetzt kam nur Ölrettich, Pappeln und Gras. Ja gut, aber zumindest haben wir dann schon mal gepflückt. Ich bin noch mal gegründet. Ich bin noch mal gegründet. Jetzt kann ich mal probieren, dass wir vielleicht doch mal Helfer ansetzen und dann dünge ich das Feld. Jetzt bräuchte ich einen dünge Streuer. Wo haben wir hier denn? Oh, da haben wir mir gerade eine Feldspritze. Was haben wir hier? Wie ich sehe, werden wir gerade eine Feldspritze haben, oder? Ja genau. Hm, Sitz-Tank kann man wahrscheinlich nur die feste nehmen. Okay, probieren wir es einfach mal, dann schauen wir, ob es funktioniert. Ist der voll? Ne. So, jetzt schauen wir mal, wo hier die Tanks sind. Jetzt schauen wir mal raus. Aha. Ich glaube, dass da vorne ist. Da vorne links. Ziemlich eng hier auf dem Hof. So, aber ich glaube, der Ding geht noch fest. Das, oder? So, aber ich glaube, der Ding geht noch fest. Das, oder? So, ich glaube, der Ding geht noch nicht. Haben wir nichts Flüssiges? Oder ist das hier? Muss ich mal gucken. Aber es wäre ein bisschen zu klein. Aber es wäre ein bisschen zu klein. Ne. Ach komm, Leute. Muss ich mir jetzt einen Tank her kaufen? Wieso gibt es hier keinen? Nein. Okay, dann schauen wir mal. Dass wir hier so Flüssigdinger kaufen können. Wo haben wir das? Bei Diversis, glaube ich, oder? Ne. Das brauchen wir auf alle Fälle mal. Okay. Ach, hier müssen wir schauen. Diversis hier. Flüssigdinger. Herbizid. Stausenlaternen. Stausenlaternen. Tankflüssigdinger. Okay. Wo stellen wir das jetzt hin? Wir haben hier keinen Platz. Hallo? Ach. Du grünen. Das heißt. Wir können das hier nicht setzen. Wir können das hier nicht setzen. Äh. Babababa. Dann. Machen wir. So. Dann setzen wir das eben. Was fällt. So. Wo setzen wir das jetzt hin? Machen wir hier hin. So. Fertig. Was ist mit dir? Der fährt wieder nicht. Dann machen wir das eben anders. Dann setzen wir hier rechts an. So. So. Und wir fahren jetzt zum Feld. Ja genau. Dann müssen wir hier raus. Dann machen wir das Tor noch schnell zu. Äh. So. Oder ist es das hier? Nee. Nee. Okay. Äh. Gewicht haben wir hier auch. Jetzt muss ich gucken. Na rechts müssen wir. so. Ja. Das ist. Okay. Mal. So. Okay. One. ann. Abschluss. So, da sind wir, schaut zwar nicht schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann schaust du aus, okay, du machst deine Arbeit, das passt. Das ist ein bisschen langsamer, das dauert ziemlich lang, bis dir das auskommt. Na ja, aber besser ist nichts. Und ich wüsste ja selber, ich mag ja überhaupt keine Felder, die was so, ja, die was nicht rechtellig sind. Helferfreundlich, müssen sie einfach sein und das sind sie nicht. Na ja. So, das geht voll. Machen wir das schnell noch. Das fährt ja da runter. Machen wir da mal auf. Das ist wieder so eine blöde Spritze. Jetzt suchen wir das Ganze raus. Na, für das Feld lohnt sich schon wirklich ein Spritzen. Sonst hängst du ja ewig dran am Düngen. So liebe Leute, das mache ich noch komplett fertig. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.